Grüß Gott! Ich will euch meine Duftlieblinge für den Frühling zeigen. Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe da mal so eine Reihe gehabt von den Duftvideos, wo ich euch die gezeigt habe. Und ich habe so überlegt und will das wieder unbedingt machen. Ich werde alle Jahreszeiten durchmachen. Welche für mich persönlich Frühlingsdüfte sind. Jeder empfindet das anders. Ich werde auch nicht die Inhaltsstoffe ablesen, so wie ich es sonst immer gemacht habe, sondern ich blende sie euch gleich einmal ein zu den jeweiligen Düften. Ich bin nicht gut in Duft beschreiben, aber ich werde mein Bestes geben. Ich werde wirklich mein Bestes geben. Als allererster habe ich einen Valentino-Duft. Das ist der Yellow Dream. Ich weiß, da ist kein Stöpsel dran. Da ist auch nicht mehr so viel drin. Den habe ich von der Arbeit bekommen. Ich finde die Flasche so mega genial. Ja. Ich finde, das ist auch der Einzige, der sehr lange an mir hält, würde ich jetzt mal behaupten. Ich blende euch mal die Inhaltsstoffe von dem ein. Sorry. Ich kann den auch sprühen, aber ich habe gar nichts drauf. Boah, ich liebe diesen Duft. Das Einzige Blöde ist, er erinnert mich jetzt extrem an eine Kollegin von mir. Weil sie hat ihn durch Zufall gesehen, weil ich ihn mal gesprüht habe und seitdem benutzt sie ihn auch. Und das, ihr kennt mich ja, ich mag das nicht so gerne, aber ich finde, der ist perfekt für Frühling. Also ich mag den wirklich sehr gerne. Das Einzige Problem ist, er ist wirklich teuer. Der ist wirklich verdammt teuer. Und ich habe auch überlegt, ob ich den nicht bald benutzen werde. Als nächster mag ich persönlich, am aller, allerliebsten, den gibt es aber nicht mehr, den CK2. Ich habe den geliebt. Ich habe den, glaube ich, sogar ein paar Mal leer gemacht. Ich glaube, einmal oder so habe ich den leer gemacht. Ich habe den mir dann überall gebunkert, wo es nur ging. So sieht der aus. Und die Inhaltsstoffe blende ich euch wieder ein. Ich mag den so, so gerne. Ich bin jetzt kein Calvin Klein Duftträger, aber der CK2 war, finde ich, einer der besten Düfte, die sie rausgebracht haben. Das Einzige Blöde ist halt, dass die Verpackung jetzt nicht so schön ausschaut von dem Duft. Habe ich es eh gerade gesehen. Die Flasche ist jetzt nicht die schönste. Das Einzige Lustige ist, was man machen kann mit dem, man kann ihn dann so hinstellen. Das ist das Einzige. Also die Flasche ist jetzt nicht die allerschönste, aber trotzdem liebe ich den von Duft her. Vom Duft her und an mir zumindest mag ich den so, so gern. Ich habe ihn noch nicht mehr beim Nudino gesehen. Vielleicht kriegt man den noch im Internet. Aber ich mag den echt gern. Ich glaube, das werde ich zu jedem sagen. Das wird euch irgendwann zu langweilig. Der steht jetzt nur stellvertretend für alle Sommertüfte von Chilsander. Leider haben sie heuer gar keinen rausgebracht, aber es gibt einen neuen Chilsander, der auch sehr gut ist. Das ist der Sommertüft vom letzten Jahr. Und ich liebe die Chilsander Sommertüfte. Ich mag ja diesen klassischen Sun nicht, weil die riechen eher, finde ich, die Sommertüfte so nach frisch gewaschener Wäsche, würde ich es beschreiben. Aber den klassischen Sun mag ich ja nicht. Deswegen mag ich nur die Sommertüfte. Ich habe auch noch irgendwo einen, ich habe ihn aber nicht gefunden, weil sonst hätte ich ihn euch auch gezeigt. Der hat gelb und verläuft so ins blaue. Den habt ihr aber schon in irgendeinem Aufbrauch-Challenge-Video gesehen, weil den habe ich euch schon mal gezeigt. Stellvertretend habe ich jetzt den genommen, weil ich den anderen leider nicht finde. Aber alle Chilsander Sommertüfte fand ich bis jetzt sehr, sehr gut. Und das Einzige, am besten war ja dieser Shake. Der Shake, der war der Beste von Chilsander. Auch für den Frühling, finde ich, war da eher was. Schon auch für den Sommer auch, aber eher auch für den Frühling. Leider machen die keine Sommertüfte mehr. Als nächstes habe ich von Armani den My Way. Der ist jetzt so, es gibt ja auch eine Intense-Variante auch. Ich mag beide. Ich kann mich bei den beiden nicht entscheiden, welchen ich lieber mag. Das Positive ist, dass man die auffüllen kann. Meiner hat irgendwie die Farbe verloren. Aber ich rieche jetzt irgendwie nichts. Sollte ich mal vielleicht als nächster verwenden. So sieht der, sorry, so schaut der aus. Und die Flüssigkeit ist rosa. Ich meine, in der Kamera kommt es noch rosa rüber, aber in echt schaut das so ein bisschen anders aus. Das ist auf jeden Fall der My Way. Was drinnen ist, seht ihr wieder eingeblendet. Ich finde den wirklich, wirklich gut. Das Positive ist auch, dass man den eben nachfüllen kann. Man kann sich die Nachfüllung kaufen und kann ihn dann selber befüllen. Das geht auch jetzt bei der Intense-Variante. Finde ich persönlich super. Sollte ich aber vielleicht mal bald verwenden, weil das schaut nie mehr so gesund aus. Aber ich mag den. Der ist wirklich ein Angesicht. Der geht aber schon eher mehr Frühling. Weil ich glaube, wenn man den im Sommer trägt, dann wird man verfolgt von Bienchen. Wenn man den im Sommer oben hat. Den mag ich auch. Aber das ist so eine kleine Hassliebe, weil er nicht so lange an mir hält. Das ist auch von Armani, der Because It's You. Das ist die ganz große. Die 100ml, glaube ich, ist das, oder? Ja. Was mir da drinnen ist, seht ihr eingeblendet. Den mag ich auch, aber ich habe halt diese Problemchen, dass der bei mir nicht so gut hält. Obwohl ich den unbedingt bald benutzen will, weil der jetzt eben so gut zu der Jahreszeit passt. Mein absoluter Liebling von den Düften, die ich im Frühling verwende, ist der John Galliano. Das ist mein absolutes Lieblingsparfum und die haben den aufgelassen. Ich glaube, auf Amazon kriegt man den noch. Aber so in den Läden kriegt man den nicht mehr und ich finde das so dämlich. Ich sollte den auch bald verwenden. Ich glaube, ich werde den für die Arbeit nehmen. Der fängt schon so ein bisschen zum Schlechtwerden an. Ich glaube, den werde ich als nächster verwenden. Das ist einer meiner Lieblings... Ich habe den auch noch ein paar Mal in klein, in so einem Mini. Der schaut nämlich so aus wie ein Brief, wenn ihr das so seht. Und das war einer meiner absoluten Lieblingsparfums. Das war mein absoluter Lieblingsfrühlingsduft. Und man kommt, glaube ich, nur noch auf Amazon dran an die. Und ich habe damals den... Das habe ich genommen. Da ist eh auch schon relativ viel weg. Deswegen sollte ich ihn aufbrauchen. Sonst kippt er mir komplett. Was ich erst so durch meine Mama lieben gelernt habe, ist von Kenzo, der Flower in die Air. Das ist aber das ohne Toilette. Den gibt es, glaube ich, leider auch nicht mehr. Aber ich mag den anderen Flower bei Kenzo auch. Also diesen klassischen. Und den finde ich sowieso mega. Der riecht echt gut. Der riecht wirklich gut. Und ich habe auch überlegt, ob ich den auch bald verwenden soll. Ich will nämlich irgendwie meine Düfte umswitchen von der Duft Challenge, weil ich glaube, ich habe doch noch ein paar dabei, die eher so für den Winter sind. Und deswegen überlege ich, ob ich sie tauschen soll. Ja, da steht sogar drauf, was drinnen ist. Finde ich auch witzig. Ich kann sie das sehen da unten. Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Den finde ich aber echt gut. Den finde ich wirklich gut. Auch den klassischen Flower bei Kenzo mag ich auch sehr, sehr gern. Dann habe ich hier einen von Calvin Klein. Schon wieder. Obwohl ich vorher noch gesagt habe, ich mag Calvin Klein. Dürfte nicht so. Aber wenn ich mal einen gefunden habe, haben sie mir eben aufgelassen. Das war von Calvin Klein der Reveal. Und den habe ich auch so geliebt. Ich habe auch noch den Tester da. Sollte ich vielleicht auch mal verbrauchen. Und so sieht der Flakon aus. Sollte ich vielleicht auch mal bald benutzen. Weil der Tester, die sind ja doch lange im Regal, wenn man das so nimmt. Und sollte ich vielleicht bald mal benutzen. Ich glaube, ich muss ein neues Aufbrauchduft-Challenge-Video machen, weil ich habe jetzt einen Winterduft noch in dieser Challenge. Und irgendwie will ich den nicht benutzen dabei. Weil das nicht zu der Jahreszeit, wenn es passt. Stellvertretend zu fast allen Thesis. Aber ich finde, da muss man selber probieren, welcher einer am besten gefällt. Weil ich mag diese blumigen, diese stark blumigen ja nicht. Aber die Limited Editions mag ich immer sehr. Das war auch einer, der was limitiert ist. Der war vom Vorjahr. Heuer kommt auch wieder neue raus. Hab sie sogar, glaube ich, schon gesehen. Ich glaube, die sind diesmal so Türkis. Und letztes Jahr waren sie grün. Und ich bin eher so auf frischere Düfte rübergewechselt, was gar nicht früher mein Fall war. Ich finde auch das mit den Blumen so schön. Der ist auch wirklich nicht schlecht. Er ist halt sehr blumig, er ist leicht, er hält halt nicht so lang, finde ich. Es ist auch ein Ode Toilette. Aber ich finde, wenn man nicht weiß, was man tragen soll für die Jahreszeit und noch ein bisschen reinschuppern will, die Düfte, probiert es mal die Marc Jacobs Desi aus. Ich finde es von den klassischen, das ist jetzt nicht so meine Farbe, den haben auch so viele, aber den Sommerdüfte mag ich sehr gerne, auch von Marc Jacobs. Wieder Armani. Der Armani C Fiori. Und den gibt es leider auch nicht mehr. Weil den mochte ich auch sehr gerne. Immer lassen die meine Lieblinge auf. Von Lancome, von Armani. Immer meine Lieblinge. Ja, das war, glaube ich, der von der Arbeit, der ist der, wenn ich mich nicht ihr. Ich habe aber noch eine ganz volle zu Hause. Das heißt, ich werde ihn bald benutzen, weil ich habe eh noch eine volle zu Hause. Juhu. Aber den mag ich so, so gerne. Ich finde es so schade, dass sie den auflassen haben. Stattdessen kam jetzt dieses Eau de Parfum Eclat raus. Und das, ich weiß nicht, gefällt mir nicht so. Es ist schon gut, aber es ist jetzt nicht so mein Liebling. Von Chisander habe ich wieder was. Irgendwie ist das so gleich, von den Marken her. Aber die anderen, die ich so durchgeschaut habe, die waren eher zu schwer für die jetzige Jahreszeit, finde ich zumindest. Aber jeder macht das, was er will. Der Chisander Sunlight ist auch in meiner Sammlung von den Frühlingsdüften, die ich jetzt zur Zeit benutzen würde. Oder wenn ich nicht weiß, oder was ich empfehlen würde, kann man das so sagen, wenn mich mal jemand gefragt hat unter einem Video, ob ich mal Düfte empfehlen kann. Der Chisander Sunlight geht immer. Der sollte ja eigentlich, glaube ich, die ältere Generation von den Damen ansprechen, aber ich liebe diesen Duft. Ich liebe ihn. Ich finde den mega. Mega, 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 mega. Chisander generell. Nur leider haben die immer meine Lieblinge dann aufgelassen, die ich mag. Da gibt es sogar noch einen, der heißt Pudre. Den mag ich auch. Wollte ich aber jetzt auch nicht reinnehmen, weil es den ja auch nicht mehr gibt. Leider. Wir kommen schon zu den zwei letzten. Zu meinen beiden Lieblingen. Die kennt ihr auch schon von anderen Videos. Einmal von Elisabeth das Parfum. Ich liebe diesen Duft. Also der geht bei mir ganzjährig, aber im Frühling ganz besonders, finde ich. Weil den mag ich so, so gerne. Und ich will den nicht verwenden. Das ist meine letzte Flasche. Ich mag den wirklich nicht benutzen. Man riecht es leider nicht. Ich habe auch noch die Body Lotion und so von dem zu Hause. Und ich glaube, das Duschgel auch. Den habe ich mir, wie es geheißen hat, das geht aus dem Sortiment, habe ich mir die aufgekauft, beide Sachen. Ja. Hin und wieder gibt es ja beim Tiki Maxx. Vielleicht halte ich da die Augen offen, aber Elisabeth ist einer meiner absoluten Lieblingsdüfte. Wirklich. Der geht immer. Der geht ja sowieso bei mir ganzjährig, aber im Frühling ganz besonders. Der letzte, wo ich mir nie gedacht habe, dass der mir mal gefallen würde, ist der Twilly von Hermes. Habe ich euch schon in vielen Videos zeigt. Auch in einem Haul-Video. Der wird und wird irgendwie nicht leer. Es fehlt jetzt ein bisschen was, aber das ist auch die große Größe. Ich meine, jetzt sieht man, dass ein bisschen was fehlt. Aber das ist auch die große Größe. Ich liebe dieses Parfum. Ich liebe es. Wenn die den auflassen, werde ich weinen. Wenn die den auflassen, werde ich wirklich weinen. Weil das ist mein absolutes Lieblingsparfum. So sieht er aus, mit dem Hut oben drauf. Ich habe ja auch das Ginger. Das finde ich passt auch jetzt in die Jahreszeit. Aber ich finde auch eher, dass der, der passt aber finde ich eher im Sommer. Ich glaube, den werde ich jetzt im Sommer dann wieder sehen. Aber ich finde, der passt perfekt für den Frühling. Auch ganzjährig für mich, aber noch perfekter für den Frühling. Ich könnte über Düfte stundenlang reden, auch wenn das Video, glaube ich, kurz ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, dass es so ein paar Empfehlungen dabei waren, weil mich viele immer danach fragen, ob ich Düfte empfehlen kann. Ich finde immer das aber ein bisschen schwierig. Aber ich habe das Gefühl, ich habe doch so einen mini guten Riecher, was Leuten gefallen würde. Wenn euch einer interessiert, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und es kommt auf jeden Fall noch eine Sommervariante, weil viele wollen noch, glaube ich, sorry, ich klicke da unten die Kamera weg, tut mir leid. Viele wünschen sich auch, glaube ich, also mehr Duftvideos und auf das will ich auch mehr eingehen. Es kommen auch noch meine Favoriten. Da will ich aber auch versuchen, dass es nicht dauernd so gleich ist, weil sonst ist es auch langweilig für euch. Aber da werden wir dann noch, ich werde noch viel, viel mehr auf Düfte eingeben, weil mir macht das ja auch Spaß, euch da die Düfte zu zeigen. Ich meine, ich kann nicht so gut Düfte beschreiben. Das kriege ich leider nicht hin, aber ihr habt ja die Duftbeschreibung da immer daneben eingeblendet und ich glaube, das ist schon sehr hilfreich. Also mir hilft das schon sehr. Mir hilft das wirklich sehr. Durch das, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich euch das einblenden kann, finde ich das super. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Ich hoffe, das Video ist nicht zu kurz. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und schreibt es mir mal unbedingt in die Kommentare, wenn ihr euch für einen interessiert. Ich kann kein Deutsch mehr. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye.